Da bin ich wieder. Auch dieses Kapitel wird leider nicht auf YouTube erscheinen. Ihr wisst warum, daher einmal bitte in die Beschreibung gehen und auf den ersten Link klicken. Dieser leitet euch dann weiter zu meinem Spotify-Account. Falls ihr mir dann auch nicht folgt, ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du dort auch beitrittst, damit du auch dort immer auf dem aktuellsten Stand bist. Der zweite Link ist auch sehenswert. Wenn du darauf klickst, dann kommst du auf meinen privaten Account quasi, wo ich öffentliche Playlisten zu den Geschichten erstellt habe. Da kannst du dir viel Arbeit mitsparen. Nur so als Tipp. Und wenn ich schon dabei bin, schau doch auch mal bei Instagram vorbei. Ich freue mich immer über Besuch. So, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Anhören und ich würde sagen, wir hören uns im nächsten Kapitel. Bis bald!